Willkommen hier zu dem Skykings PvP Event auf Zomphort. Wir haben schon angefangen, wie ihr im Chat seht. Ähm, habe leider verpennt, die Aufnahme zu starten. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sind leider nur so zweit, weil die anderen alle zu unfähig waren zu kommen. Gut, haben sie halt Pech, dann können wir halt nur unsere Items aussuchen. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los geht's! Wollen wir direkt jetzt sagen, wir machen einfach uns kaputt, oder? Noch nicht, würde ich sagen. Ich habe hier gerade eine Obsidian-Mauer hingesetzt. Sagen wir, wenn die Zeit bei 15 Minuten ist, ab dann kann man sich töten. Okay. Ich glaube, ich habe hier irgendwas platziert. Ja, ich habe auch gerade eine Wand gesetzt. Ich habe irgendwie... Ah! Was ist das hier? Was? Erstmal Equip. Holschwert, Holschwert. Lust holen. Hallo. Hey, geh woanders hin. Was ist das? Speed. Need... Club. Hoi. Erstmal ist auf Drogen gehen. Hoi. Es gibt sogar einen Deathmatch für Tote. Ganz oft? Ja. LOL. Ist ja voll hip. Okay, hier hab ich... Ich muss kaum eine Kiste machen. LOL. Werballkuchen. Ja, läuft. Das ist geil, was ich hier eigentlich hab. Man kann einfach in Kisten Kisten finden, die man hinsetzen kann. Darin sind Kisten. Ist doch toll. Ist ja auch toll. Du, du. Hast du toll gemacht? Das hab ich grad toll gemacht. Nein, das hast du nicht toll gemacht. Das hast du toll toll gemacht. Ach so. Na dann. Dann hab ich das halt toll gemacht. So. Du hast das nicht toll gemacht? Du hast das toll toll gemacht. Ja. Und die Milonen droppen gleich. Das ist auch toll. Alles ganz toll, die auf dem Server. Ich mag das Server. Ich mag das Server. Ich mag alles. Du magst ihn. Oh, ich hab was Geiles. Ich hab was ganz Geiles. Was hast du gefunden? Eissenschwert? Granate. Hab ich schon im Überschuss. 50.000 hab ich davon. Ich habe zwei Grenzen. Das soll ich gewerde, wenn ich den Dich. So, da geh ich nicht rein, das traue ich mich nicht. Ich traue mich nicht, sich anzugucken. Ich hab's los und bleib'n es. Schließlich. Oh, wo ist noch eine Kiste? Ja, ich sehe wieder alles. Ja, ich sehe wieder anders. Wie anders bist du, denn ich sehe wieder alles. So, alles. Verstanden anders. Wie sehr anders. Ich bin ein Mongo. Oh, die ganze Brücke ist in die Luft geflogen. Auf jeden Fall eine Kohle-Map. Die Map ist on Battlefield. Der typische Classic Style. Ja, Föck. Oh, ein Schützengraben. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Das können wir uns zählen, ne? Ja. Bei 15 Minuten. Das heißt, du hast jetzt noch 48 Sekunden. In dem Sinne, irgendwas sammeln ab dann. Was ist das? Äh, sind wir zum Anschluss freigegeben. Was ist das? Was? Was? Weil den mit Kist aufmachen, die hat so komisch geraucht, da kann es mir raus. Läuft. Das läuft nicht. Das ist supergeil. Supergeil. Geil, 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 geil. Ja! Was? Ich glaube, ich habe schon den Mega-Vorteil anhand von das, was ich gerade gefunden habe. Warum hast du das gefunden? Sag ich dir doch nicht. Sag doch. Ich werde es sowieso rausfinden. Ich bin in einem schönen Haus, da wohne ich jetzt. Ich weiß nur nicht, ob es direkt danach verschwindet. Okay, schon mal bessere Schwert. Äh, Melone statt diesem komischen Koppelholz. Da. Ja, gebraten ist Hamm-Hamm. Was? Gebraten ist was? Gebraten ist Hamm-Hamm. Ach so. Leuchtet alles ein. So, das ist geil. Mehr von dem Zeug. Ich bin auf dem großen Battleship. Ah! Haha, du bist in meine Falle rein geraten. Hm. Bist du gestorben? Ja, ich habe gewonnen. Äh. Das war wirklich bis das BVB-Agent läuft. Ah. Muss töten. Gut, dann kann sich die ja gleich noch seine über den Ding zu aufsehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, die wir, denke ich mal, jetzt gleich hier noch aufnehmen werden. Gut. Wiedersehen. Na schön. Tschüss.